Einfach so! Hallo und herzlich willkommen! Sooo! Ich spiele dasselbens. Mit dem Thomas und dem Gast immer. Kann sie richtig begeistern auf spielen. Ich ist doch immer begeistert. Vor allem von seiner Freunde, die immer reinkommt, wenn er aufnimmt. Ja, die kann das riechen. Jetzt bin ich gespannt. Habe ich doch mal gescheit drauf? Ich will das Spiel sofort wieder ausmachen. Äh, ich fang endlich mal auch nach 10.000... ...Folks... ...besuchen. Also... Das Ding ist irgendwie verkehrt, und das ist gut. Hahahaha! Du bist so, ne? Man steht irgendwie verkehrt am Anfang. Die haben wir noch mal vergehen. ... ... ... ... ist das wichtigste deswegen Abbieg dich. Ich hab gleich nichts mehr. Das ist wirklich habiert worden. Äh, zum Abschluss. Mit Tagen gemacht. Ich hasse dich. Ich weiß. Schau, du kannst nicht auf hinten die Richtung gehen. Jawohl. Mal schauen, welche Spiele aus du bringst. Nein. Ich krieg mir selber Geld, jawohl. Bringt ein neuer Schleif von der Dauße. Der kann aber am meisten gewinnen. Oh, oh, oh. Ich hab' verschissen. Ich hab' verschissen. Man kann nicht niedriger als sein sein. Ich hab' verschissen. Sex. Jetzt schau' ich hier. Niedrig, niedrig. Oh, fick dich. Das war nicht mal gescheit. Das war nicht mal gescheit. Leck mich am Arsch. Ich will doch schicken, du. Na. Ich hasse euch. Ich bin halt gut. Du scheiße. Jungs verwascht beim Drehen? Ja, mit seinen komischen Gelch da. Ich weiß aber, ich kann nur umschätzen, der Pfarrer auch. Ja. 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 Ich hab' sie. Ja. Ja. Ich hab' gar nichts gesagt. Oh doch. Das stimmt gar nicht. Es gibt keine Bewahrung. Ich glaube das meinte, der Götz. Der Mischi muss Geld verlieren. Na. Ist der Mischi muss Geld verlieren? Ja. Das meinte, der Götz. Ja. 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 Viel Spaß damit. Oha, jetzt geht das doch wieder zurück. Aktion! Nein! Thomas, du musst trauen, oder? Nein, muss ich nicht. Oh! Kass! Geh ich einfach dahin! Weißt du was? Geh ich dahin! Das ist schon, was Angst da drauf wird. Komm schon, nimm sie die Rekorde. Welches Essen kostet bitte schön 100k? 100? Komm, ich hab sowieso kein Geld. 100.000 für ein Essen ausgehen. Für chinesisch oder japanisch oder was ich immer rede. Keine Ahnung, hat er erst asiatisch ausgeschaut? Keine Ahnung. Wir brauchen mehr Geld. Bist der Einzelne, der irgendwie Geld hat, ja? Ja? So schäme dich. Ja, der nimmt das ist. Was? Lass das nicht zu! Du musst die Krone zurückholen. Ich kann... Für den König! Nein! Für den König! Für die Krone! Oh, der Schild ist jetzt aber gut rein! Nein! Wie weit bin ich gefahren! Ich bleib' der ist mal Single. Da bitte! Geht mir sogar geil! Das ist immer so gut, Puppe! Oha, da gibt es jetzt ja noch Geld! Aktion! Aktion! Was wird er wählen? Lass ihn her! Ja, Meg, die Funktion ist hier aus dem Papier, du hast ihn dran! Keine Ahnung! Oh ja, was? Nix! Dann ist er auch schon im Kopf drin! Ich bin vorhin in einem Beruf, ja! Der macht ihm alles nach! Ich mach eigentlich nicht unter jedes Mal! Wieso war er gleich dazu? Oha! Da hat eine Steuer ausgeweicht gemacht! Da hat er irgendwas! Eigentlich gebe ich nie was raus, weil ich es hier wieder kriege! Ich nehm ziemlich viele Aktionsfelder mit diese Runde! Keine andere Box mehr! Aber wenn es alle raus sich noch 100k ausgeben will sowieso schon die Krone ab! Was ist das? Was ist das denn? Was Spaß macht! Hol dir ein neues Smartphone! Da brauche ich mir auch nicht Wir waren zu, ne? Ja, die Fünfe daheim liegen Aktion Oh, er macht seinen Abschluss Ich nehme sie Das ist so dumm Wow, 1 mein Büxer Die Nummer 1 Er war die wahre Nummer 1 Hat sich viel gebracht, oder? Beide, sag vor Hat sich viel gebracht, oder? Hm, schon So, ich Weiß ich nicht Komm, ich bin voll verloren Ja, Geld Noch mehr Geld Noch mehr Geld 80.000 ist gut Babysitzen Die kriegt man von beiden 80.000, aber wie kannst du babysitten, wenn keine Kinder von uns hat? Nein Die Kinder aus dem Fenster haben wir von dir Wats, 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 wats Wats Rolltreppen, Rolltreppen Oh, alle Äh Dääh Viääh Getren, ach Schade Ist durchListen Ja, das ist Bild, ich mach vor, ja sind die Kliebgehehörn Schwöööö Di 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 di... Ne, bläh, ansonsten wir können noch vorhanden Ja D di 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 Was? Schau mal, ich geh Du brauchst einen Kleiner Eintreiber, aber wundern Will ich ein Haus? Ich kriege kann es Ist das eh so ganz glücklich, glaube ich Wahrscheinlich Ja, 80.000 Oh ja, du hast das größte Haus gekriegt mit drei Ja so? Nehm ich 8.000 mehr oder riskier ich weniger? Komm Jawohl Ne Was sind wir nebeneinander? 19.1 Wo bin ich in der Mitte von Sandwitsch? Gibst du das Qualte, ey Da war die Idee gewesen Du kriegst ja schon wieder Scheiß von euch Ich geh mal was Ich geh mal was Hallo, wo ist das du? Ist das immer scheißreich? Nein Ich geh dem Reichen noch mehr Geld Das ist der Chris Und jetzt geh ich Nach Steuern Ist immer drauf gekommen, dass ich 90.000 hinterzogen hab Ne? Weißt du Uni Höhnes? Was? Hast du denn nie die Idee? Nicht die Mission Catherine Chorua Ich ziehe es Deil Gibt es eigentlich hier ein Spiel? Gibt es eigentlich ein Spiel? E.S.T.A.X.S.A. Ich bin doch da, hallo? Hallo, hier. Aber jetzt wird es aus, dass ich gerne habe. Oder krieg mal einen Hund. Keine. Na gut, kannst du den Hund annehmen. Ja, Hund, Katze. Ja. Ja, so ist es im Sterne. Auch aus wie, wie soll ich ihn kannst. Im 3er waren es ja Ausländer. Ja. Auf Tottenburg bin ich. Eins, eins, eins. Gibt dem Reich mal noch mehr Geld. Ah, nix der 4. Doch. Ich sitze am Stern. Kack nicht. Ich war noch zugeheuer. Ah, wir sind verkackig hier mal. Ja, bin ich mal Zweiter. Entschuldigung. Nein, du Arschloch. Ja, ich hab weniger als du. Ich hab noch niemals geblendet. Ich hab noch nichts geblendet. Wie ist das? Der Griss muss fallen. Ha 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 ha. Eins, eins, eins. Eins, eins. Eins, eins, eins. ich hab das wenig ich hab das wenig ich hab das wenig so viel geschleicht 160.000 und du hast schon allein schon 1500 Punkte die jahr hat das nützliche Geld der 1051 das ist krank du hast 4 zu 4 Macht in diesem Spiel genau wie im echten Leben ja was machen wir 40.000 40.000 irgendwas weniger 40.000 jawohl ich bin die Wurkonzone es ist ja schon wieder da bei der 9er die 9 muss her 5 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 6 5 5 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 9 10 10 11 11 11 12 11 12 13 und Versicherung ist 40% von deinem Gehalt weg und trotzdem zahlen die Hurensülse nicht alles. Das schließt dein Online-Tutorial ab, das hat die YouTube-Videos. Okay, erstmal auf YouTube eingehen. Wie besäge ich Chris? Na schau, kriegst du Geld. Ich komme nicht für mich. Ich kann auch noch etwas Tolles kriegen, bitte. Das heißt, das danke. Nö. Ja. Boah, was kann ich denn hier erstens kriegen? Geld, Zufall. Kinder, Haus, Baby. Nee. Äh. Weck dich. Ich bleibe dumm. Ich hab's euch ja nicht dickst, naja. Es fällt doch noch durch. Danke, weißt du? Dann, wenn ich niedrig würfeln will, machst du hoch, und wenn ich hoch will, machst du niedrig. Du bist ein dreckiges Katsch-Spiel. Eine Krillparte. Ohne uns. Scheiß Drecksroulette. Kann man hier einfach Würfel werfen, man muss nur so ein Kackroulette-Haus sein. Dankeschön. Ich baue dir zurück, ja? No. Oh, wenig. Oh, wenig. Du hast Lust an die Fresse, ey. Setzt dann mit 1,5 Millionen und sagst so wünig. Er ist aggro. Du nimmst dich wie ein Bill Gates, ey. 50 Millionen, du nimmst es nicht wie du, ich brauch mehr. Ich bin dritter Platz, aber sowas von. Du brauchst keine zwei Kronen. 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 Ich glaube, ich weiß, was das Video heißt. Wen? Sag ich doch nicht. Du brauchst keine zwei Kronen. Wieso? Mhh. Das ist kein Problem. Ja, wieso? Du brauchst keine zwei Kronen. Du brauchst keine zwei Kronen. Ich hab keine drei Kronen. Mach dein Bauch in die Sch Prize. Ich hab keine zwei Kronen. Ich habe keine zwei Kronen. Das ist keine zwei Kronen. Und mir schlägt ein Schaf. Jetzt brauche ich meine Krone und hat gewonnen. Wir wollen auch nur mehr Geld sammeln, dann hat er gewonnen. Jetzt geht der Ehrenhaus. Ich hoffe, dass wir damit richtig fett Minus verkaufen. Na, 800 kreis. Höchstverkaufstest. Darf ich mal irgendwas Hörs würfeln? Ich kann gar nicht schaden, ey. Oh, es ist besser mal eine 8 oder so. Zählt das noch? Ja. Geschwetter! Aktion. Verkauf einen Röffel online. Verkaufstest du nicht. Um 80.000. Nächste Runde bitte keine Eins. Rolltreppen, Rolltreppen. Alle. Die Art hat sich so viel gehofft. Oh wirklich. Geht schon verdurch. Jawohl. Schicksal, genau Schicksal. Du kannst du was tun. Steuern! Geschlechtig. Hier, dein Geist ist Orangen mehr wohl. Das ist ein Job. Das ist ein guter Job. Naja, das machst du eine Hächer dran, das gehört. Du brauchst das nicht nur Hächer. Du schenkst dir selber des Gottes. In einer Runde von Cheatern. Hey, ich krieg ein Haus. Ich mach's ja auch aus. Einer hat einen Hunderbauch. Will ich ein Glück gehabt. Du bist schon wieder. Du bist schon wieder durchfahren. Du bist schon wieder durchfahren. Wieso nicht für Geld? Wenn's nichts bringt. Ich krieg sowieso nicht genug Geld. Ich krieg sowieso nicht genug Geld. Schweinchen. ... Der hat so ... scheiß Glück. Das wird dir in der Haus noch irgendwo tausend ... Ne, Minus. Jawohl. 10.000 gewinnen noch, müssen es es kaputt. jetzt jedes mal 100.000 ja da könntest du halt auf jeden fall kommen bringt nichts michi du hast dein geld schon gewonnen du musst gar nicht mitspielen, kannst direkt aufhören du michi schicksal oha oha du wirst mich verarschen das klickst du kommst schon wieder hallo was willst du schon wieder du kackrad jetzt mach kack dir existen kack dir sein Geld an du wirst mich verarschen warum gehst du in das spiel nicht so was wie flarrt ein mitspieler all sein geld zählt das erst bis ich da wir können sie auch 100 mal drehen das hättest du gerade am ende aber auch verkaufen können da hat er direkt ein orgasmus gewinnt sowieso nichts mehr hier ist auch eine nitte du kannst spielen der gewitter Kommt der Gerüte? Ich weiß nicht, da spielt sich so aus, der war dann so. Wir waren gestern auch in der Flur. Wir sind ja natürlich schon mit der Nacht. Wir drehen halt rückwärts! Ich weiß nicht, das war klar. Ich weiß. Fertig, spiel! 했. Jetzt bist du die? Kann man es ja? ralIR ihr sind all, ja, was war das denn jetzt? Erst mal hieraufhungen hier Schwertig Ich sag da, lebt sich einfach enthält, Ich bin wieder da. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Okay. Das ist so cool, hehehe. Das ist so cool. Ja, das ist so cool. Stimmt. Das ist so cool. Wow, das ist so cool. er mit seinem geld Er hat schon gewonnen wegen dem Geld. Nass. Darf ich auch ins Ziel kommen? Ich bin endlich mal fertig. Der ist da früher wo ins Doof fällt. Nee ich mag das... Ich mag das Video Titel auch perfekt dazu bauen Niete drehen und bei Geld nicht Ich will dass er bei Geld jetzt auch mal eine Niete dreht Ja, nichts hier 10 Tausend Niete machen Habe schon 2 Mal eine Niete dreht Du kriegst wenigstens noch was, ich krieg ja gar nichts Unfähr das Köp-Spiel Uhhh Hör mich jetzt, die Hauptperson haben ee genau den Null Ich kann... es gibt eh keinen Null ich weiß nicht, dass ich weiß, aber ich heiße Minus 1 Alter, das hört doch Na ganz, weiter, bloß immerhin So sehe ich mal die Entwertung seit Jahren wieder Na, du hast Gummer, ich bin Zweiter Du hast ja mehr Punkte, also solche Dinge als ich Jetzt kommen wir die Kronen, ich habe keine Also, du bist allein von 400 Punkte, oder? Ja Das ist aber sehr knapp, bist du etwas? Ich bin mir bei 2000 Punkte, ihr habt sowas von gescheatet Der Papagei ist schuld Der Papagei ist schuld Meine Kleidung Gut, dann würde ich sagen, war es das mit dem Paar Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Bis bald, Mats Ciao Bis bald Ciao Ciao